das gericht mein gott ist natürlich nein danke das ist noch so ein schlüssel symbol da wir sind seitdem wie ich nur und auch immer es ist in der richtung von eingehen diese riesige halle ich habe irgendwie so revelations flashbacks nur halt nicht mit einer großen halle sondern eher fernzünder man sie mal benutzen für irgendwas ich glaube wir sollten diese fans und auch mal nutzen ja ich habe elf stücke dass elf stück ich kann davon nur fünf tragen ich habe ich habe zweimal fünf und dann eins ich würde sie ja kaum jetzt habe ich sechs naja hier sehen wir nix da waren wir überall hier noch ein paar türen irgendwo naja wird ja mal weiter ja mal ein fahrzeug aber heute atlet athletisch bin ein athlet immer weiter hier geht es runter jetzt bei dir auch unter rechten seite nicht mehr drunter bambus okay ich kann hier rüber springen das ist cool okay dann komme ich ja was vor wohl passiert hier konnte bestimmt ein ich batte mehr wart achtung pass auf doch irgendwas macht was macht aber bei der gleichzeitig ich ja okay 321 das hier haben wir da die medaille reinpacken 10 3 hier brauchen wir sehen den besten brauchen wir drei und wir haben sechs noch mal ja ist kaputt wenn wir genug zerstörungen anrichten wird schon wird aber was rauskommt ich ja ich habe ein fernziger vor der tür platziert ja was immer hier ein paar räucherstäbchen da muss mich wieder hoch senden dann jetzt aber heute sage ich habe das schluss da müssen wir hin ob wir schon alle hat sich aktiviert wenn ich aktiviert gerade auf den boden gekostet ja der hat gerade vor meinen augen auf den roten kreis sie mal hier können wir raus ich muss mit meinen vorgesetzten sprechen um zu wissen wo ich hin muss erstmal gucken was alles ein krampf sein ok wer mal eine möglichkeit nach hause zu telefonieren nach hause telefonieren nochmal drei dinger eingepackt ok ich nehme an bei zehn patienten noch irgendwas ja dann öffnet sich die tür im osten ja schon da da irgendwo ja das hat er gesagt als ich damit gesprochen habe dann muss es wohl gleichzeitig dann so eine münze reingeworfen haben heute ist da drin wenn er noch fähigkeitspunkte sind vielleicht ein bisschen enttäuscht und was wir brauchen die letzten sechs monate ertragen so wir müssen ab machen sie versuchten den virus in mir zu erforschen das gleiche habe ich nach raccoon city durchgemacht und beim zweiten mal war es genauso scheiße ich habe eine medaille gefunden also mein fernsehen da bringt ihr leider nichts mal was sind hier doch ich wollte nicht stören der pflanze waren kraut versteckt ich bin tot oder ein bleib und dahin helfe noch danke herzlich recht auch glänzende karriere so es ist ja gut aber es geschenkt in die presse in die presse sind wir noch welche warum ja da oben die alle ich sehe nicht erst so dunkel aber ich habe sogar wir haben spielt erste gegner hat er das vergnügen ich wollte ich wollte schon immer klavier spielen was du da kannst du lesen ich auch nicht wo der tücher ohne kann man ja die malone kaputt gemacht da habe ich ja ein geluxer den berühmten trick gemacht was macht sein kopf gegen die wand hättest du noch sagen muss ein bisschen küsst euch gut gemacht du darfst du brauchst jetzt küssen weil er führt da oben nicht können wir da irgendwo ich weiß es nicht ich habe noch eine medaille gefunden ich schaue mich immer ein bisschen um da habe ich mich mit dem platz hat das meintest du mit dem spinnvieh ich glaube es ist gerade durch die wand geglitt auch kann ich nicht mit dem klavier schweren weil ich hier schon gespielt habe wieso ist denn der typ da oben immer noch neben jetzt nicht mehr meine güte da ist kann ich mich mal umschauen ich weiß nicht ob du das klavier auch noch benutzen kannst aber was ich machen kann ist warte kommt es doch mal her ja hallöchen willkommen an meiner cocktail war was darf sein ich bin jetzt der cocktail meister okay ich hätte gerne ein aurora gleich zu einer party bild hat ein nein geht gar nicht hatte hier die korens oberste linke eck warte geben im moment ja sie ist drin bei der sie denn bei mir war ich noch nicht drin noch mal die allein jetzt sind sie bei mir alle drin bei mir sind sie noch nicht drin ich dachte vielleicht ging man noch so eine medaille nur eine fehlt noch dann wir brauchen insgesamt zehn und wir haben drei schon eingesetzt wir haben schon längst genug ok alle sind drin ja nicht insgesamt alle wir haben wir haben ja schon längst drei reingeworfen die wurden uns dann auch abgezogen ja aber schauen wir uns genau und da oben vielleicht finden wir doch noch eine das bad das kündliche war jetzt werde angezogen aber ich noch jetzt die medaille das tut warte ich weiß was du machst wir sind entspannt muss auch sein ja aber sie sieht natürlich aus weil du nichts in der hand hast man sagt ob das jetzt best auf war natürlich ausgezeichnet hier sind einfach so viele lustige szenen drin in der letzten folge auf jeden fall von diesen und den beiden ja ich meine generell in diesem gesamten spiel ich musste mehr lachen dass ich irgendwie was das habe ich mir irgendwie sorgen machen müsste weißt du am maximum an dinger die wir haben können 13 ich gucke mal ich glaube 15 ich habe jetzt 13 tic tacs ich habe 16 ok gut zu wissen ist noch eine medaille ja auf dieses glas egal es gehört nicht mir also mache ich es kaputt hier sind wir wieder dann setzt man meine medaillen ein ja du hast die ersten medaillen eingesetzt und jetzt sehe ich die anderen ein gegner dein kopf und der boden küsst euch gut gemacht moment jungs 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 aber eine sekunde bitte weggehen noch ein hinterlassen ja ausgezeichnet ok da weiter geht es aber dass irgendwas cooles drin auch mein fernsehen soll jetzt mal noch hier noch gerade sage ich höre ich höre immer noch und noch den piepen so ich setze mal weitere beseilen ein also wir sind bei 34 4 4 5 6 7 8 9 10 noch mehr ist jetzt noch mehr ein aber noch mehr 13 15 keine medaillen mehr übrig ich sehe auch gerade auf der anderen seite ist das eine waffe hinter der tür ist eine waffe sich gerade hinter einer wand so dass maschinengewehr oder das hat ein schrotgewehr sie aus dem maschinengewehr das maschinengewehr ich habe was gehört ja ich habe was gehört wo man jetzt hat geöffnet oben rechts oben rechts unten rechts und rechts ist gar nichts oben links war waren wir gerade ich werde nicht aus der sehen irgendwie weitergehen und dann haben wir irgendwie die waffe verpasst ja hier sieht schon richtig aus irgendwie ja das spät sagt haben sollen eingehen ich werde die waffe da haben da kommen wir auch vielleicht finden wir irgendwie noch ein paar medaillen vielleicht ist es ja noch nicht nicht zu ende weil man sagt ihr diese große tür ist auch unser ausgang ja ja komm gehen wir erstmal weiter mal sehen was passiert ja und ich habe ja ich glaube ich sich das spiel scheint mir jetzt nicht so irgendwie so verpassbar mit waffen zu sein jetzt glaube ich auch nicht okay jetzt gehen wir da rein kann ich mal raus nein aber ich komme nochmal zurück also gut dann gucken wir mal dein name ist jake hallo alles ist da ruft doch deinen boss an ich bin's sherry birkin ja ihm geht's gut wir wurden inhaftiert in einer anlage in china wirklich ok ich schicke die genauen koordinaten sie sind bereits in china es ist vorbei wir sind gerettet bist du fertig fertig verschwinden wir endlich von hier ok ok aber nicht ohne die waffe ja sonst streike ich kommen sie aus dem gebäude was wir in der ruhe vom mensch hat aber irgendwann eingesammelt ich habe keine ahnung ja da ist die dusche wo ich war glaube ich haben sie sich aber beim dusch gefilmt gehen wir mit diesen typen ist nicht gut kirschen essen aber ich mache sowieso genug von diesem ort aber kirschen sind lecker weil ich mit der mensch ich bin tot der lässt mich einfach nicht in ruhe ich habe sowieso genug von diesem ort warum kam ja ein panzer ja und warum gab es keinen fels und zum zerspanschen nur ein was wir meinen fans in der zeit auch weg gibt ja ich will nicht vor der kanone darum laufen nicht sicherlich ein bisschen so aus natürlich verwaltet ja ja so naja so wie war irgendwie zur tür zu locken weil ich mache ich zum pferd zu einsetzen ja genau versuch mal auf die tür auf schießt ja dann schießen dann auf mich unter dem ist ein ding ein schlangen abzeichen was der schon am brennen also ich habe gerade im fernsehen dabei eingesetzt hat funktioniert glaube ich ich habe es erwischt der hat das tor nicht aufgeschossen ich sehe ich hoffe doch nicht mehr hatte die waffe gemacht nein aber die verpasst egal neu ich trete in ich trete den ja da waa gt immer kaputt Nein, die Waffe haben wir verpasst. Nein. Der Ding war kaputt. Aber. Aber. Der Konzert. Geh mal immer weg da. Naja, ich hab doch nichts. Ich glaube, wir sollten mal nach oben gehen oder so. Hier mal nach oben. Ja, auch auf uns zu schießen. Was zum Ding geht mir ja zu. Ich hab's darüber. Ja, nee, halt warte. Ich hab's mich erstmal da oben. Ja. Ja, du musst mich nämlich hier hochschicken. Ja, Moment. Jake, ich brauche Hilfe. Ja, ja, es ist ja gut, es ist ja gut, es ist ja gut. Ich hab fast keine Pistolenmusikion mehr. Ja. Da kann passieren. Ja. Ich hab's ja auch. Ich hab' bisschen zu viel geballert. Ja. 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 Ich stehe mal da bereit. Bitte. Jetzt hier die ganze Zeit. Äh. Äh. Wo, 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 wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Fangen wir mich an. Ja. Ich hab' nicht den Kronleuchter auf den draufwerfen. Da war's ja. Aber die schöne Waffe. Ja. Schöne Mg. Boah. 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 mein drang sie jetzt zu zerstören er war wieder da was ein scheißt hier sieht es ja schön aus das stimmt hier vor allen den ganzen rasen jetzt not naja am hause und pause und pause schlanker zeichen wir müssen so hier unten genauer leute ja jetzt weg da haben wir es doch denn ganze was ganz hell so eleganz wieder weg ich weiß nicht ob ich da richtig kommen sehr auf mich kollege noch mal gehen ja viel zu viele anmutige ganz zellen weil ein doof hebel hebel aber zum springen für dich mit mehr zeit jetzt wieder auszupacken war das die gäste hallo ganze sprich mal darüber der wasser schießt sich die ganze zeit aber ich bin doch ja dritter mann nein ich habe nicht ich sage ich darüber kann ich könnte von der stadt haben sie richtig stehen bewegen sie die stadt soll ich das machen weil stadt war ja so eine menge gegner ja komm mal ruhig herr kollege ist ja gut da ja gerade ich komme nicht raus okay wenn mich jetzt hier nicht abknallt dann aber lebt ich bin ein bisschen tot also ich belebe mich wieder nach der wird den ausweg ist auch meine gegner weil hier sind zu viele gehen kann ich doch kann ich irgendwo machen geht weg was wir hier an und ja meine maklum aus wenn er für euch alle ich habe mich selbst gesetzt er muss aber aktivieren im liegen ja es reicht langsam um Okay treten das ist ein riesiger panzer der uns im weg stehen also aber ja genau der gebrauchen gibt mir die zeit die ich brauche okay ich gehe schon mal nach oben in sicherheit ja gut ding will alle will keine eile haben okay alle auf und zu verwandeln der wollte ich einfach umzingelt von dutzenden von gegnern ja es tut mir leid es war meine schuld vielleicht sofort zum motorrad rennen sollen und irgendwas machen sollen warte macht motorrad hat sich zum fahren super guter fahrer warum gehen dann alle fahrzeuge die du fährt kaputt es ist es sich in meiner natur ist nicht an meiner zerstörung mut ich habe gerade ganz und sehen klingt also ich bleibe ja papier in sicherheit weil soweit wer einer wakt hier reinzukommen ich könnte von der statu überschwingen wenn sie richtig stunden weg sei der keine lösung zu klopfen hat weiß nicht was du da machst übrigens nicht ich muss den konzern dazu bringen die stadt zu bewegen naja bitte nicht sterben sowieso nicht habe ich wo ich werde nicht geblendet wurde ja ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr lieber mit dem panzer als mit den ganzen leuten hier sind so viele die glade so ich bin nirgendwo sicher mal schneller jetzt doch wieder gegner wenn du hast keine ahnung denn denkst du bei mir ist friedlich ich gehe in der ecke oder abzeichen war jetzt sicher da kommt mit seiner knabber um sich karte oh mein gott was der weg also ich bin hier eingekesselt also aber die tun sich alle verwandeln das schlimm manchmal die ganze zeit der feuerschutz geben aber hier sind die ganze gegner ich habe schon jetzt angst kommt noch leider sagen wir haben es geschafft während keller erhalten wäre klar das war was für kapitel 3 und es geht direkt weiter aber erst im nächsten fahrt ja